Hallo, hier ist wieder eure Gartenfirma. Ja, in diesem Video mal wieder etwas Katzen- bzw. Tierbezogenes. Und zwar geht es hier um ein Wunderwerk der Technik. Und zwar ist es ja so, dass die Fütterung der Tiere ein wichtiges Thema ist. Und für viele Tierbesitzer, die werden das wissen, im Sommer oder so passiert es oft, dass dann irgendwie das Futter schlecht wird, insbesondere das Nassfutter. Man muss es ständig auswechseln und dann wird es von irgendwelchen Fliegen befallen oder so, wenn es zu lange rumsteht. Oder was natürlich auch vorkommen kann, ist, dass auch wenn man es nicht möchte und vielleicht auch nicht sollte, aber es kann immer passieren, dass man mal länger als 24 Stunden nicht zu Hause ist. Das kann ganz spontan sein. Wenn man, keine Ahnung, kümmert sich immer um die Katzen und kommt plötzlich ins Krankenhaus. Oder mehr oder weniger plötzlich. Und für solche Situationen habe ich mir jetzt ein Gerät besorgt, oder viel eher zwei, die dem Ganzen so ein bisschen Abhilfe verschaffen. Und ich glaube, dass das auch, also das war für mich etwas Begeisterndes, als ich herausgefunden habe, dass sowas existiert. Und ich denke, dass das einigen von euch auch weiterhelfen kann. Und zwar handelt es sich hier um Futterautomaten. Genau genommen, den Trixi, was werde ich auch in den Titel schreiben, den Trixi Futterautomaten TX2. Warum habe ich inzwischen solche Futterautomaten? Nun ja, also es gibt Futterautomaten. Katzen haben ja oft einen Chip oder so in sich. Die öffnen sich, wenn die Katze dann an den Napf möchte. Die sind insbesondere für den Sommer sehr gut geeignet, weil das Futter dann halt immer schön frisch bleibt und der Deckel sich schließt und öffnet, wenn die Katze halt essen möchte und wenn sie nicht mehr essen möchte. So, sowas ist halt wirklich sehr kostspielig und durchaus irgendwie auch eine gute Sache. Aber das liegt nicht so in dem Rahmen der Dinge, wo ich sagen würde, hey, dafür würde ich Geld ausgeben. Aber diese Futterautomaten hier, das sind zwei Stück, also eins, zwei, drei, vier quasi. Zwei sind immer miteinander verbunden und die kosten um den Dreh so 20 Euro. Und die sind nicht mit viel Schnickschnack oder so verknüpft. Die sind eben dann auch nicht besonders kostspielig. Die sind nicht kompliziert, sondern die haben eine ganz einfache Funktion. Man stellt hier diese Eieruhr quasi ein, so wie so ein Timer und der läuft dann runter auf null. Ich simuliere das jetzt mal. Der läuft halt nach und nach runter, bis er bei null ist und dann geht diese Klappe auf. Und in dieser Klappe hier ist dann dieser Napf. Den kann man auch in die Geschirrspülmaschine tun. Und in diesem Napf würde sich dann jetzt, ich probiere das momentan mit Leckerlis aus, damit die Katzen sich dran gewöhnen, dieser Napf wäre dann mit Futter gefüllt. Und ich habe mich hierfür entschieden, für diese Näpfe, weil hier drunter noch ein Kühlakku ist. Also der war dabei. Ob der jetzt so hundertprozentig alles so frisch hält, ist die Frage. Aber wenn man den einfret und hier reinlegt und dann diesen Napf obendrauf legt, kann ich mir schon vorstellen, dass so ein Napf das Futter wesentlich länger frisch hält, die Katzen, als ein Napf, bei dem kein Kühlakku drunter liegt. Und ich habe diese Futterautomaten jetzt nicht gekauft, um sie quasi für den täglichen Gebrauch zu benutzen, sondern eben für Situationen, in denen man halt mal länger als 24 Stunden weg ist. Denn oder für Leute, die zum Beispiel, wie gesagt, die bei ihren Katzen oder an Tieren, Hunden, wie auch immer, das Futter nicht über Nacht, also nicht dauerhaft stehen lassen können, aber jetzt nicht über ihre Tiere über Nacht nochmal neu füttern möchten, die können solche Timer natürlich auch einstellen. Dann habe ich hier einmal einen Futternapf, also dieser Deckel, der geht dann vielleicht um, keine Ahnung, 8 Uhr morgens auf und der geht um 20 Uhr auf. Dann könntet ihr, ihr könntet das natürlich erweitern, dann habt ihr noch einen, der geht um 4 Uhr auf und um 8 Uhr, aber man muss es ja nicht ins Absurde treiben. Also ich finde, für ein Tier reicht sowas hier schon, dann reicht hier sowas schon. Und ich finde es halt sehr simpel, ich tue hier das Futter rein, wie gesagt, das kann man auch in den Geschirrspüler tun. Ich tue hier das Futter rein, dann schließe ich den Deckel, also den muss ich dann erstmal runterdrücken und dann kann ich hier diese Uhr einstellen. Die mag für ein paar Leute ein bisschen kompliziert sein, aber sie ist es eigentlich nicht. Wir haben jetzt 20 Uhr. Wenn ich jetzt wollen würde, dass der Futterautomat um 8 Uhr morgens wieder aufgeht, dann würde ich hier eine 12 einstellen, denn 20 Uhr plus 12 Stunden wäre dann 8 Uhr morgens. Würde ich auf 24 gehen, würde er sich wieder um 20 Uhr öffnen. Und so ist das hier eingestellt. Und ich würde, ich wollte da jetzt eigentlich nochmal ein Leckerli reinlegen, warte mal, aber eigentlich haben die Katzen es ja schon verstanden. Also hier sind Leckerlis drin. Wie gesagt, ich versuche die so ein bisschen dran zu gewöhnen und das auszuprobieren, aber das scheint wirklich kein Problem zu sein. Das heißt, den hier habe ich auf 40 Stunden eingestellt, also das ist ein 48-Stunden-Timer. Deswegen fand ich das auch besonders super, weil du nicht ein 24-Stunden-Timer hast, sondern sogar ein 48-Stunden-Timer. Ich sage nicht, dass man seine Haustiere 48 Stunden lang am Stück alleine zu Hause lassen sollte. Ich sage nur, dass ich finde, dass das eine sehr gute Möglichkeit ist. Zum Beispiel, wenn man halt, ja, wenn man auch Trockenfutter oder so füttert, was man bei Katzen eigentlich eher nicht tun soll. Aber dann kann man eben auch, ne, den Timer auf eine höhere Zeit einstellen. Und, ähm, ja. Also ich sage nicht, dass man seine Tiere so lange alleine zu Hause lassen soll, aber ich finde diese 48-Stunden-Möglichkeit schon sehr gut. So, der hier ist auf 40 Stunden eingestellt, der hier auf ungefähr vier, glaube ich. Da ist es so ein bisschen runtergeschutzelt, die vier. Ähm, so, und der hier ist auf 16 Stunden eingestellt. Das heißt, ich stelle den mir mal auf ungefähr, was sage ich denn, 20 Stunden ein. Und ich möchte jetzt gucken, also ich möchte das jetzt erstmal ausprobieren, solange ich halt auch zu Hause bin, und nachschauen, ob die Uhr denn wirklich runter tickt. Und diese Klappen sich dann auch zum gegebenen Zeitpunkt öffnen. Also, man hört quasi gar nichts. Ich war ein bisschen besorgt, weil es bei den Amazon-Beschreibungen hieß, ja, die werden so laut und so, aber man hört quasi gar nichts. Das klingt so wie eine sehr, sehr, sehr leise tickende Uhr. Und, ähm, meine Katzen zumindest, die stört das gar nicht. Und die wird das hundertprozentig auch nicht stören, wenn jetzt das Futter in diesem Napf ist, der halt Geräusche macht, weil man hört es hier überall. Du hast Kühlschrankrauschen, hier tickt die Uhr nebenbei, draußen hast du die Autos, also hier sind immer Geräusche. Bei sehr, sehr, sehr sensiblen Tieren ist es vielleicht nochmal so die Frage. Aber deswegen probiere ich das jetzt auch erstmal aus, dass die Katzen sich überhaupt daran gewöhnen, dass da auch Futter drin ist. Ähm, ja, und ich finde das halt einerseits für Notfälle gut geeignet, weil ich dann halt hier Futter einfüllen kann, das sich nach einer bestimmten Zeit öffnet. Und ich finde das halt auch wirklich für die wärmeren Monate nicht so schlecht geeignet, denn man könnte dann vielleicht kleinere Futtermengen verteilen, also auf diese Behälter, und dann frisst die Katze erst den einen leer und irgendwann öffnet sich dann der andere. Und ich habe im Sommer sonst immer das Problem, dass das ganze Futter von Fliegen befallen ist und dann wird es, ne, es vertrocknet ganz schnell. Also diese Sache, einen Kühlakku unter den Napf zu legen, finde ich prinzipiell, ehrlich gesagt, nicht so schlecht. Dafür brauche ich natürlich nicht so einen Automaten, sondern das kann ich auch mit einem normalen Futternapf machen. Aber das finde ich ehrlich gesagt nicht so schlecht geeignet, außer, dass ich aufpassen muss, dass Senior nicht den Futterautomat kaputt macht, denn sie riecht, dass da drin halt Essen ist, ne, das riecht sie. Und ich habe ja leider antrainiert, mit Hilfe solcher Sachen, dass sie an Hebeln ziehen muss und Sachen drücken muss, um das Futter zu bekommen, das da drin ist. Also wird sie das hier vielleicht auch denken, aber da kommt man wohl nicht so einfach rein. Ja, und ich finde das halt sehr simpel, da kommt bei beiden, also hier kommt eine Batterie rein, hier kommt eine rein und das hält dann, weiß ich nicht wie lange, ich glaube schon eine Weile, ne, und dann kannst du halt Futter reinfüllen und irgendwann öffnen sich die Klappen. Und ich habe jetzt halt für eine Katze den hier und für die andere Katze den hier und ich würde sie dann einfach hier daneben stellen, ne. Wenn ich halt mal eine Nacht wirklich weg sein muss, dann stelle ich halt Mrs. Viscars Napfteil hier hin, bei Senior stelle ich es hier dazu und dann wissen die Katzen ja ganz genau, dass das auch Futter ist. Also die Katzen sind ja nicht blöd, die werden dann schon herausfinden, okay, ich kann auch aus diesen tieferen Näpfen fressen. Natürlich muss man sagen, das ist nicht alles hundertprozentig super. Meine Katzen fressen zum Beispiel von flachen Tellern, weil das wohl für die auch angenehmer ist. Da ist es ja recht tief. Dieser Kupersenio versucht immer noch da dran zu kommen, an die Leckerlis in dem Automaten. Also Senior scheint sich daran nicht zu stören. Aber wie gesagt, für... Moment. Oh, was? Jetzt geht es hier gerade richtig los. Letztes, wenn sie versucht, den Automaten aufzumachen. Nein, doch nicht? Okay. So, ich dachte nämlich, ich filme mal wieder mich. Wie gesagt, es ist... Ich verdachte, ich zeige euch das nur mal, weil ich mich gefragt habe die ganze Zeit, hm, gibt es nicht solche Futterautomaten, die frisch, halt nass Futter länger frisch halten, ohne dass du irgendwie 300 Euro zahlen musst. Oder da so viel Schnickschnack dran ist. Und dann habe ich die gefunden und ich finde, die haben alles, was du brauchst. Du kannst das Futter reintun. Du hast einen Kühlakku, den du drunter legen kannst. Du brauchst nur eine Batterie. Und das ist so eine eingebaute mechanische Uhr. Ich finde solche mechanischen Uhren und so halt... Das ist ganz einfach. Du stellst die Zeit ein und die Zeit läuft ab und der Deckel öffnet sich. Und ich finde das halt super. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wie gesagt, man sollte seine Katzen oder Haustiere prinzipiell, aber insbesondere Hunde nicht, zu lange alleine zu Hause lassen. Also ich habe auch oft schon ein schlechtes Gewissen, wenn sie halt, ja, so neun Stunden zu Hause sind. Aber man muss sich wirklich nichts vormachen. Das kommt bei jedem Mal vor, dass man mal über Nacht weg ist, ob spontan oder geplant. Und dass man halt gerade niemanden hat, der sich so richtig um die Tiere kümmern kann. Und wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, okay, ich muss jetzt ganz spontan über Nacht ins Krankenhaus oder so und ich finde jetzt niemanden, der sich um meine Haustiere kümmern kann, dann würde ich den Katzen jetzt halt diese Futterautomaten einstellen und wüsste, okay, über Nacht haben sie wenigstens genug Futter. Normalerweise gehöre ich nämlich dann zu den Leuten. Wenn ich von so einem Fall ausgehe, würde ich denen so einen 3 Kilo Haufen an Futter dahin stellen. Aber der wird ja dann schon recht schnell schlecht. Und ich denke, dass sowas dann da auf jeden Fall eine bessere Alternative darstellt, die wie gesagt einfach ist und so. Und ja, also ich denke, dass das, wie gesagt, dass das auch für euch interessant sein könnte. Man kann die ja auch zu anderen Zwecken benutzen. Also mir fällt da jetzt spontan nicht so viel ein, aber eine Klappe, die sich schließt, die geschlossen ist und die sich nach einer bestimmten Zeit automatisch öffnet. Ist ja, könnte, was auch immer, muss ja nicht mal für Tiere sein, könnt ihr sicherlich auch zweckentfremden für, ja wie gesagt, was auch immer. Oder was es ja auch gibt, diese Handy-Tresore, ne? Das könnte ich dafür auch benutzen. Ich lege mein Handy rein. Gut, ob das da reinpasst, ich glaube schon. Lege mein Handy rein, stelle den Timer ein. Natürlich brauche ich dann immer noch die geistige Willensstärke zu sagen, okay, ich drehe jetzt nicht den Timer so vor, dass die Box sich jetzt schon öffnet. Aber das brauchst du ja bei jedem Handy-Tresor eigentlich so, ne? Du könntest zum Beispiel auch dafür benutzen. Oder für deine Kinder. Ja, mein Kind, die Süßigkeiten werden erst gegessen, wenn die Stoppe abgelaufen ist. Zugegeben, das sind vielleicht ein paar dubiose Erziehungsmaßnahmen. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine mit diesem Prinzip. Und ich hoffe, dass ich euch weiterhelfen konnte mit diesem Gadget. Normalerweise bei diesen Das braucht deine Katze oder so unbedingt Gadgets, denke ich mir, naja, naja, das brauchen die doch wirklich nicht. Aber da finde ich, dass es wirklich nicht so eine schlechte Idee ist tatsächlich. Und wie gesagt, das ist schön einfach. Ja. Und denke ich, gut geeignet auch für solche Fälle. So, und jetzt sehen wir uns bald wieder. Oder auch beim Tierarzt. Wenn es heißt, ja, ihr, ihre Katze, also das ist zum Beispiel, das wäre auch noch ein gutes Beispiel. Und dann verabschiede ich mich. Ich hatte zum Beispiel schon die Situation, dass es hieß, okay, die Mrs. Viscars darf jetzt die nächsten zwölf Stunden nichts mehr essen. So, weil sie dann morgens eine Operation hat. Das heißt, ich muss das Futter dann ja automatisch für beide Tiere wegstellen. Aber dann kann ich wenigstens, wenn ich dann weiß, Senior ist in der Transportbox und so, ich kann dann wenigstens den Futterautomaten für die Mrs. Viscars einstellen, dass der schon mal aufgeht, dass sie fressen kann, während ich mit Senior jetzt beim Tierarzt bin. Zugegeben, ich kann auch, bevor ich, äh, ich meinte, bevor ich mit der Mrs. Viscars dann beim Tierarzt bin, kann ich den Automaten für Senior einstellen. Und da wollte ich sagen, zugegeben, bevor ich mit der Mrs. Viscars zum Tierarzt fahre, kann ich ja schnell dann auch noch Senior das Futter nach voll machen. Aber wie gesagt, die Möglichkeiten, wie ihr sowas nutzt, sind natürlich euch überlassen. Ich würde es als Notfallfutterstation sehen, falls man halt mal über Nacht weg ist. Und, ähm, ja, wir sehen uns, ich werde dann auch mal sehen, ich werde es ja ausprobieren und gucken, wie, ob das frisch, Nassfutter dann wirklich auch frisch bleibt. Ähm, weil normalerweise bildet das recht schnell so ein, so ein, krustigen Film irgendwie. Manche Katzen mögen das auch, aber das ist auch immer eine kritische Sache. Ich verabschiede mich jetzt endlich mit diesen Worten. Hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und auf Wiedersehen. Bis bald. Bis bald. Bis bald.